Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, es ist eine besondere Situation, in der wir uns befinden. Wie Sie vielleicht wissen, hat Saufessen Fertility Solutions aus Athen an den Kinderwunsch-Tagen mit dem Dorfstabnehmer teilgenommen. Jetzt haben wir aufgrund der Corona-Pandemie nicht die Gelegenheit, uns dort vorzutreffen. Deswegen nutzen wir die Möglichkeit von Kinderwunsch-Tagen digital aus, um unsere Informationen zum Thema Leihmutterschaft mitzuteilen. Im Rahmen meines Webinars werden wir Ihnen in den nächsten 20 Minuten zum Thema legale Leihmutterschaft in einem EU-Land unsere Erfahrung in Griechenland präferieren. Wir werden Ihnen gerne erst mal unser eigenes Team vorstellen. Wir werden mit Ihnen die Leihmutterschaft und die Eizenspende in Griechenland als Teil der Kinderwunsch-Tagen präsentieren. Wir werden auch über die Gesetzeslage bzw. die Vorteile reden. Im Anschluss werden wir Ihnen unsere Erfahrung als Partner des größten Grupps von Krankenhäusern in Griechenland als Partner von Helene Kertia Gruppe mitteilen. Dann werden wir über den internationalen Stand, nämlich zu Studien und Leihmitte zum Thema Leihmutterschaft reden. Und zum Schluss werde ich Ihnen die Rechtslage in Deutschland vorstellen und ich werde Ihnen auch erklären, wie die Abwicklung in Griechenland ist. Wer sind wir überhaupt? South East and Fertility Chalusus ist eine Gruppe von Ärzten, Krankenschwestern und Sekretärinnen mit Sitz und Behandlung in Athen. Unsere Fachkompetenz liegt im Bereich Reproduktionsmedizin und wir haben die Möglichkeit, Ihnen von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Behandlungsabschluss inklusive Aufenthalt und Rechtsberatung unsere Erfahrungen mitzuteilen. Mein Name ist Johannes Elvomano-Leikis. Ich habe mein Medizinstudium in Athen absolviert. Anschließend habe ich meine Fachhausausbildung zur Gynäkologie und Geburtshilfe in Deutschland abgeschlossen und bin an der Universität Bonn im Bereich Reproduktionsmedizin unter der Leitung von Professor van der Ven promoviert. Nach meiner Fachhausausbildung wurde ich als Leitender Oberarzt im Kindergrundzentrum der Medizinischen Universität Dinsburg in Österreich angestellt und seit 2009 bin ich wieder in Athen, wo ich auch ursprünglich herkomme und bin als Partner von Hellenic Helcher Group und nämlich als Partner von Miteria Krankenhaus tätig. Warum sollte man sich überhaupt für uns entscheiden? Wir haben die Möglichkeit, Ihnen eine Behandlung nach den deutschen Standards anzubieten, denn meine Ausbildung war in Deutschland auch über die ganze Zeit meiner tätigkeit. Und man kann bei uns auch die deutsche Qualität mit der entsprechenden TÜV-Zertifizierung finden. Sonst haben Sie die Möglichkeit von einer exklusiven Betreuung von einem deutschsprachigen Team. Sobald Sie sich mit uns in Verbindung setzen, werden Sie sehen, dass Sie auch von einem Fachpersonal mit den entsprechenden Erkenntnissen auf Deutsch betreut werden. Sie haben die Möglichkeit der Kindergrundbehandlung in der größten Endendungsklinik Griechenlands. Sie haben die Möglichkeit der Behandlung in einem EU-Land mit einer liberalen Gesetzgebung. Und nichtsdestotrotz handelt es sich um eine Behandlung in Athen, nämlich um eine Behandlung in einer Metropole, wo man Kultur mit Vergnügen verbinden kann. Die Helene Kelcher Group ist die größte Gruppe von Krankenhäusern in Griechenland. Die Behandlung findet an der Klinik Medera statt. Das ist die Entendungsklinik von der Gruppe, wo jährlich über 6.000 Entendungen und 2.000 IVF-Behandlungen stattfinden. Jetzt gehen wir weiter zum Thema Eizelspende. In Griechenland werden momentan ca. 10% der Zicken durch eine Eizelspende durchgeführt. Wir haben für die Eizelspenderinnen und nicht für die Frauen, die in Behandlung sind, eine Altersgrenze von 35 Jahren. Während die Frauen, die sich für die Behandlung interessieren, eine Altersgrenze von 50 Jahren haben. Laut griechischem Gesetz ist die Anonymität der Eizelspenden erforderlich. Das heißt, dass sie leider nichts über die Identität der Spenden erfahren dürften. Man muss aber dazu sagen, dass man die Möglichkeit hat, ihnen alles, was die Merkmale, medizinische Vorgeschichte, alte Blutgruppe und Untersuchungen der Eizelspenden anbelangt, erfahren dürfen. Die durchgeführten Tests, die man bei den Eizelspenden laut Gesetz schon macht, sehen Sie da. Was wichtig ist, ist die ausführliche Anamneseergebung. Wobei man sagen kann, dass man sich auf die Angaben der Eizelspenden konzentriert. Man wird das E-Material, und zwar die sogenannte Karyotypuntersuchung, zesische Fibrose, Blutgruppe und Resistifaktor der Eizelspenden untersuchen. Hepatitis, HIV-Synologie und Syphilisynologie werden selbstverständlich auch abgenommen. Man hat auch die Möglichkeit, von einem sogenannten Career Screening Test durchzuführen, wo man über 500 Genen für diese bestimmte Eizelspenden untersuchen kann. In unserem Programm hat man die Möglichkeit, von sechs bis acht Eizellenrohrempfängern anzubieten. Hier sehen Sie ein Bild von der Google-Analytics von meiner Webseite. Und hier können Sie tatsächlich sehen, wie hoch der Bedarf nach einer Behandlung mit der Leihmütterschaft sowohl aus Deutschland als auch aus Österreich ist. Mittlerweile gibt es auch einiges in den Medien über uns, vor allem auch im Fenster. Das ist ein Interview beim ARD-Morgenmagazin. Da steht auch eine Frage, Leihmutter zu vermuten, kann das richtig sein? Es ist auch wichtig zu wissen, wie man in einem EU-Land wie Griechenland dieses Verfahren überhaupt bieten kann und welche die Gesetzeslage ist, beziehungsweise die Rahmenbedingungen, damit diese Behandlung auch reibungslos abgewickelt wird. Natürlich gibt es viele Länder, wo die Leihmütterschaft als Behandlung angeboten wird, beziehungsweise erlaubt ist. Wie zum Beispiel die Staaten, Ukraine oder Georgien. Welche sind die Vorteile einer Behandlung in Griechenland? Auf jeden Fall die Tatsache, dass es sich um ein EU-Mitglied handelt. Und das macht, was die Anerkennung des Verfahrens in Deutschland auch anbelangt, die Sache viel einfacher. Die Gesetzeslage ist liberal, die Leihmutterschaft ist erlaubt. Eine wichtige Voraussetzung, damit man den Embryo-Transfer überhaupt durchführen darf, ist das sogenannte Gerichtsverfahren, dass man vor dem Embryo-Transfer abschließt. Das gibt eine gewisse Absicherung, nicht nur für das Paar, sondern auch für die Leihmutter. Es sollte kein Wohnsitz mehr erforderlich sein. Das heißt, dass man von Anfang an beim Gerichtsverfahren die Adresse vom Paar in Deutschland angibt. Und wie es vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, sollte nicht in die Geburtsurkunde eingetragen, dass es sich um eine Leihmutter handelt. Also der Name der Leihmutter taucht laut Gesetz nirgendwo auf. Die Erreichbarkeit ist sehr wichtig, wenn man das Verfahren praktisch umsetzt, weil es sein kann, dass sie auch kurzfristig nach Athen kommen sollten. Natürlich haben wir jetzt die Corona-Pandemie und das macht die ganze Sache vielleicht ein bisschen langsamer. Trotzdem gibt es tägliche Flugverbindungen von Deutschland nach Athen. Und das ist auch nicht nur für das Paar, sondern auch für mich als betreuenden Arzt wichtig. Was die Kosten anbelangt, sind die Kosten immer individuell zu berechnen. Aber die sind auf jeden Fall niedriger als die Kosten, die man in den USA hat. Wie ist dann die Gesetzeslage? Wir haben als eine wichtige Voraussetzung für die Leihmutterschaft die medizinische Indikation. Es sollte nämlich einen Grund geben, aufgrund dessen die Behandlung überhaupt durchgeführt wird. Es gibt eine Altersgrenze, die habe ich auch vorher erwähnt, die liegt, was die Partnerin des Paares anbelangt, bei 50 Jahren. Das Gesetz setzt entweder für das Paar oder für die Leihmutter den Wohnsitz in Griechenland voraus. Und dadurch, dass die Frauen, die uns als Kandidaten zur Verfügung stehen, ihren Wohnsitz, beziehungsweise auch Anteil in Athen haben, braucht das Paar aus Deutschland keine Wohnung oder sowas zu mieten. Die Leihmutter sollte laut Gesetz ein Alter zwischen 25 und 45 Jahren aufweisen. Sie sollte mindestens ein Kind auf die Welt gebracht haben und nicht mehr als zwei Kaiserschnitte hinter sich haben. Als erstes wird mit dem Paar der Behandlungspläne diskutiert. Man wird die Einzelnen bei der Partnerin gewinnen können, anschließend befruchten und einführen, damit man sicherstellt, dass man zum Zeitpunkt des Vertrags mit der Leihmutter die entsprechenden Embryonen verfügt. Das bedeutet aber auch, dass man für die Paare, die sowohl eine Einzelspende als auch eine Leihmutter benötigen, dass man auch die Einzelspenderin davor gefunden hat und auch die Einzelnen bei ihr gewonnen hat, beziehungsweise sie auch befruchten und eingefroren hat. Sobald der Vertrag zwischen dem Paar und der Leihmutter abgeschlossen wird, wird der Antrag vor Gericht gestellt. Anschließend wird das Gerichtsurteil circa drei bis vier Monate später veröffentlicht. Und was das Gerichtsverfahren anbelangt, ist kein Unanimität erforderlich. Das heißt, dass sowohl die Leihmutter als auch das Paar dem Richter bekannt sind. Und das könnte durchaus sein, wenn das Paar schon eine Bekannte aus Deutschland hat, die sich dem Paar als Leihmutter zur Verfügung steht, dass man sie auch dann entsprechend vorstellen kann. Ich habe das auch vorher erwähnt. Man kann sowohl frische als auch bereits eingefrorene, beziehungsweise auch nach Heizellen erzeugten Embryonen verwenden. Und dadurch, dass wir in der Europäischen Union sind und auch über die entsprechende Lizenz als Kryobank sozusagen verfügen, könnte man auch Embryonen oder Eizellen verwenden, die man bereits im Ausland eingefroren hat. Es gibt viele Transportfirmen, mit denen wir zusammen arbeiten. Die Lieferung des generischen Materials von Dojo nach Athen dauert nicht länger als zwei bis drei Tage. In der Regel wird das Kind über Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Und das ist so, weil das für die Abwicklung aus praktischer Sicht sowohl für das Paar als auch für die Leihmutter einfacher ist. Aber man kann durchaus sich auch für eine spontane Entbindung entscheiden. Anschließend wird der Name der werdenden Eltern oder der biologischen Eltern, wenn man die Eizellen der Partner verwendet hat, in die Gebärtsaufgunde eingetragen. Und wie gesagt, der Name der Leihmutter taucht in der Gebärtsaufgunde nirgendwo auf. Hier sehen Sie aus unserer Erfahrung, wie die Behandlungsindikationen sind. Die größte Gruppe, ca. die Hälfte der Frauen, die sich für eine Leihmutter zu entscheiden, sind Frauen, die bereits erfolglose IV-Versuche hinter sich haben. Eine sehr interessante für uns Gruppe ist die Gruppe der Frauen mit dem sogenannten Meyer-Rokitansky-Künstler-Hausesyndrom. Das sind Frauen, die ohne Gebärmutter auf die Welt gekommen sind. Natürlich Krebspatientinnen, die eben keine Schwangerschaftsaussagen dürfen, Patienten, die z.B. aufgrund Myoma oder hospitaler Blutung sich einer Hystertomie unterziehen sollten. Auch Frauen mit vielen Fellgebunden hinter sich, bzw. Frauen im fortgeschrittenen Alter, aber immer unter 50, die sich für eine Leihmutter entschieden haben. Das ist aus praktischer Sicht die Gruppe der Frauen, die sich bei uns melden, bzw. auch die Behandlungsindikation zur Leihmutter schafft. Ein Fallbericht aus unserer Patientenklientel. Eine 39-jährige Patientin mit Susanne nach Nerientransplantation wegen Nerieninsuffizienz aufgrund eines Tormonsyndroms. Diese Frau hat leider aufgrund der Immunsuppression eine Lymphome entwickelt und hat sich einer Chemotherapie unterzogen. Sie konnte immer noch ihre eigenen Eizellen bieten, deswegen haben wir eine Stimulation bei ihr durchgeführt. Wir haben eine sogenannte Mikroinseminationsbefruchtung der Eizellen verwendet, eine sogenannte ICSI, mit anschließender Präimplantationsdiagnose, die bei uns geliehen auch erlaubt ist, weil die Frauen einfach Angst vor einer Erkrankung der Eizellen, bzw. der Immunen, hatten. Denken Sie daran, dass sie eine Chemotherapie hinter sich hatte. Wir haben tatsächlich zwei Löhnen am Tag drei erzeugen können, wobei man beim ersten Embryo eine Trisomie 19 festgestellt hat und deswegen den Embryotransfer bei diesem Embryo ausgeschlossen hat. Man hat den zweiten Embryo eingefroren und sobald man die Leihmutter finden konnte, hat man das Gehtverfahren abgeschlossen und den Embryotransfer durchgeführt. Und so konnte ein gesundes Mädchen auf die Welt kommen. Es gibt weltweit einige Studien zum Thema Leihmuterschaft. Was wichtig ist zu wissen, ist, dass die durchschnittliche Schwankerstdauer bei der Geburt ähnlich zu der einer konventionellen IV-Behandlung ist, nämlich 37 bis 38 Wochen. Was das praktisch bedeutet, ist, dass der Verlauf der Schwankerstdauer nach einer Leihmuterschaft genau der gleiche wie bei der sozusagen normalen Schwankerstdauer ist. Man hat auch eine entsprechende Wahrscheinlichkeit für Zwillinge zwischen 2,6 bis 17,5 Prozent der Gesamtanzahl der Bindungen. Man hat auch eine ähnliche Wahrscheinlichkeit, dass das Kind, das auf die Welt kommt, ein niedriges Gewicht bei der Bindungen aufweist. Und die Wahrscheinlichkeit für einen Kreisenschnitt liegt bei 13 bis 70 Prozent. Somit kann man tatsächlich sagen, dass die Ergebnisse vergleichbar zu denen nach einer konventionellen künstlichen Befugung sind. Es gibt Leitlinien, auch in Griechenland, auch in Europa, beziehungsweise in Amerika. Die sieht man da. Es gibt auf jeden Fall eine strengke Auswahl. Das gleiche gilt für uns. Laut der amerikanischen Gesellschaft für die Produktion der Medizin sollte das Halter der Leihmuterswissen in 21 und 45 Jahren liegen. Man dürfte bei dieser Frau nicht mehr als zwei Kaiserschöne hinter sich durchgeführt haben. Diese Frau sollte mindestens ein Kind auf die Welt gebracht haben. Man sollte eine ausführliche Aufklärung über die Risiken durchführen und natürlich sollte man dem Paar beziehungsweise der Leihmutter eine rechtliche Beratung anbieten. Das hat man hier bei uns vor Ort als Möglichkeit, weil wir für dieses Verfahren eine deutsch-griechische Rechtsanwältin, die sich sowohl mit dem griechischen als auch mit dem deutschen Recht bestens ausgehend haben. Wie ist die Rechtslage in Deutschland? In Deutschland ist es so, dass die Leihmutter schon natürlich nicht erlaubt ist. Aber man hat die Möglichkeit, die sogenannte Vaterschaftsanerkennung beim Kind durchzuführen. Das macht man so, dass die Leihmutter mit dem Paar nach der 25. Schwanzersuche zum Konsulat gehen. Dort gibt die Leihmutter an, dass das Kind durch dieses Verfahren zustande gekommen ist. Und man hat die Möglichkeit, auch eine Bestätigung von unseren Kindern zu bekommen, sodass man tatsächlich sieht, dass eine künstliche Befruchtung bei diesem Paar beziehungsweise bei der Leihmutter durchgeführt worden ist. Und dass der Embryotransfer an einem bestimmten Datum stattgefunden hat. Hier können Sie tatsächlich sehen, dass aufgrund des griechischen Gerichtsbeschlusses die Vaterschaft des Kindes somit auch in Deutschland anerkannt wird. Was die Mutterschaft des Kindes anbelangt, haben wir mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass die leibliche sozusagen, die biologische Mutter das Kind in den ersten zwei Jahren nach der Geburt in Deutschland adoptiert, was bisher auch reibungslos abgeschlossen werden konnte. Zusammengefasst könnte man sagen, dass die Einzelspende bei ca. 10% der Behandlung in Deutschland stattfindet. Eine Leihmutter ist bei uns unter medizinischer Indikation erlaubt. Warum? Weil man auch über die entsprechende Erfahrung in unserem Team in Southwissen Fertility Solutions verfügt. Weil die Gesetzeslage in Griechenland liberal und ausreichend ist. Und weil auch wir in einem Land die Frauen behandeln, wo Leitlinien vorhanden sind. Wichtig ist, dass man die Paare und die Leihmutter durch Transparenz und ausführliche Rechtsberatung vor den Risiken schützt. Und dass man auch Respekt vor der Würde der Leihmutter, des Kindes und der Eltern zeigt. Für diejenigen, die schon mal in Athen gewesen sind, ist das ein sehr schönes Bild von Akropolis. Athen ist eine Metropole mit einer über 3000-jährigen Geschichte, die bei den Deutschen sehr beliebt ist. Und Griechenland ist ein tolles Land, wo man Kultur und Vergnügen kombinieren kann. So komme ich auch zum Schluss meiner Präsentation, meines Webinars. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Hier sehen Sie die Webseite, bei der Sie einiges an Informationen holen können. Meine E-Mail-Adresse servomanonakis at humancenter.gr ist die Adresse, die Sie verwenden können, um Ihre Anfragen zu schicken, beziehungsweise Ihren Anbringungen mir mitzuteilen. Und ich zusammen mit meiner Assistentin, mit Alexandra, sind diejenigen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Hoffentlich sehen wir es auch bald. Hoffentlich sind das die letzten Kinderwunstage digital, an denen ich teilnehme. Ich freue mich auf die nächsten Kinderwunstage vor Ort in Deutschland. Bis dahin bin ich für Sie da. Sie können sich jederzeit bei mir melden. Und ich würde mich darauf freuen, Sie bei Ihrem Kinderwunst zu unterstützen. Ganz liebe Grüße außerdem.